Hallo und herzlich willkommen zu The Long Drive. Nach unserem letzten Unfall habe ich jetzt einfach mal folgendes gemacht. Ich habe den Hänger mal richtig schön aufgeräumt. Die Mädels sitzen da hinten. Der Kofferraum ist, was man so aufgeräumt nennt. Wir lassen zwei Reservekanister hier. Hier. Einfach zur Gewichtsreduktion. Keine Ahnung, ob das was helfen wird. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben auch so wirklich genug Reservekanister. Wir brauchen die nicht wirklich. Also wir benutzen die im Moment sowieso eigentlich nicht. Na komm, Baby. So, schauen wir mal, wie sich das so verhält. Und wann die Klamotten uns wieder durch die Gegend fliegen. Da vorne, den hatte ich übrigens abgeschossen. Musste ich. Da scheppert schon wieder irgendwas. Wie schön die da sitzen, ne? Wie schön die da sitzen, ne? Ich hoffe, das läuft jetzt mal ein bisschen geschmeidiger. Was ist denn erst, wenn wir, wenn wir die, wenn wir die Reservekanister voll machen? Was passiert denn dann? Stell dir mal vor, die werden jetzt alle voll gefüllt. Was meinst du, was hat das Gewicht leer? Oh. Die Mädels hat es umgehauen. Oh, den Kanister gerade auch. Okay. Haben wir live miterlebt. Ja, die sind nicht wirklich fest da hinten drin. Ja gut, das merkst du ja auch, wenn wieder so ein, so ein Glitschiget, ich bleib an der Straße hängen Ding passiert. Wir haben übrigens die 100 Kilometer voll. Naja gut, die ersten 10 Kilometer sind wir ja doppelt gefahren, ne? Es ist überhaupt nicht gut, so schnell zu fahren, ist überhaupt nicht gut. Ich weiß. Bis wieder was passiert. Aber solange es nur Sachen einsammeln ist, geht es ja noch. Obwohl natürlich passieren kann, dass es jedes Mal weniger werden, ne? Wir haben ja nur noch zwei Schläuche von abermals dreien. Wo der eine abgeblieben ist, ich weiß es nicht. Wer weiß, wo der hingeflogen ist. Wenn ich dran denke, wie weit der Pfeil geflogen ist, dann... Was ist das denn hier? Ich bin falsch rumgefahren, wieder mal. Ich bin schon wieder falsch rumgefahren. Das darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Oh gut, dass wir das hier gesehen haben. Sonst wäre ich noch wie so ein Doofen wieder weitergefahren. Ich könnte so kotzen, ehrlich. Weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Mach die Handbremse ruhig los. Scheiße. Und das war wahrscheinlich original die gleiche Stelle, wo es letztes Mal passiert ist. Ja. Leck mich doch fett. Ehrlich, ey. Wie viele Viecher sind denn hier? Glaubst du es doch nicht, ey? Okay. Damit wir was sehen. Boah, jetzt wieder alles einsammeln. Es darf doch nicht wahr sein. Da liegt... Vor allen Dingen habe ich wieder Angst, dass die Schläuche weg sind. Dass man immer alles aus dem Kofferraum verliert, ja? Sind beide Schläuche raus aus dem Kofferraum, ja? Nein. Nein. Ist das auch ein Fernglas? Okay. Schlauch. Dann... Das Fernglas siehst du besser. Den Schlauch siehst du schlechter. So, das ist auf jeden Fall der Kofferrauminhalt. Scheiß auf Aufräumen. Was ist das da vorne? Oder... Oder? Das ist irgendwas... Okay. weißt du wie weit ich jetzt schon bin ich überlege schon ob wir die mädels überhaupt noch mitnehmen ich weiß das ist nicht viel gewicht aber irgendwie keine ahnung außerdem wenn wir einmal das fernglas als wir als wir das erste mal hier waren sind wie viel von den viechern hier über den berg gekommen ich habe irgendwie jetzt so das gefühl gehabt hier oben müsste irgendwas sein weil so viele viecher von hier gekommen sind jetzt auch wieder da hinten ist auch wieder einer und das beste ist ja daran dass der tatsächlich kommt auf die entfernung hören wir den schon oder ist das ein anderer den wir hören kann ja gar nicht glauben dass wir den auf der entfernung schon hören oh hier rutscht er ist ja witzig also ein mädel muss natürlich mit damit wir nicht alleine sind das nützt ja nichts die beiden schläuche sind da der ölkanister ist da wir stehen wieder richtig zur fahrt richtung und ich hoffe mal dass uns das nicht wieder passiert echt vor allen dingen dass ich falsch rum gefahren bin das geht mir eigentlich am meisten auf den keks mist alter aber diesmal war es wenigstens nicht ganz so weit ich weiß man hätte früher merken können echt die sind schnell ja an die ecke erinnere ich mich noch ich bin mal gespannt weil dieser glitsch den wir da eben hatten an dieser einen stelle der war ja irgendwie auch wir sind irgendwo gegen gefahren oder sonst was und da ist es uns jetzt mehr oder weniger auch zweimal passiert an der gleichen stelle da sind wir auch nicht irgendwo gegen gefahren also ich habe zumindest nichts gesehen mal sehen ob das da gleich wieder passiert ich glaube das war da vorne in diesem tal oh man ach ich sollte nicht so schnell fahren ich sollte einfach nicht so schnell fahren super toll oh zum glück zum glück blieb mal richtig rum liegen da ist noch drin da ist noch drin gewehr raus wo ist er wer will ich höre dich doch oh ist nicht geladen ok ok ich höre noch ein 173 ah wir haben noch genug und immer die schläuche die weg sind immer die schläuche man sollte einfach nicht so heizen aber sowas ak sowas 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 Das war's. Was ist das? Ich muss langsamer fahren. Ich muss langsamer fahren. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das bringt nichts. Langsamer fahren. Ich muss langsamer fahren. Und was ich jetzt noch mache... War genug Schnee. Ich glaube, wir rutschen immer aus auf den Schneeflocken, weiß ich. Wäre echt mal interessant zu wissen, ob du jetzt ohne Hänger unterwegs wärst, ob du dann auch mal... ...so ein bisschen mehr Gas machen könntest. Ey, ey, ey. Fuck! Der hat mich auch wieder voll verrissen. Kriegt man dafür eigentlich... Irgend so ein Achievement oder so, wenn man davon genug abgeballert hat. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ich glaube, wir müssen jetzt... ...hierd... 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 Ja, das muss schon. Das nützt ja nichts. Ich habe voll das Gefühl, dass wir falsch rumfahren. Warum? Ein... Ach, immer wenn der so leckt, ne? Der ist nicht gut. Okay, war das hier, wo wir eben den Pock hatten oder so? Ich weiß es nicht genau. Aber die müssen auf der Seite sein. Das ist richtig. Also fahren wir jetzt so weiter. Ich habe eher so gedacht, das war hier drin, wo wir gerade hier unseren... Also das war ein merkwürdiger Fehler jetzt in der Folge. Ehrlich. Keine Ahnung, wieso. Fehler. Oder was auch immer. Glitch. Was ist das? Und was ist das? Ach so. Ach, und von hier bin ich dann falsch gefahren, ne? Oder? Du willst mich doch... Leute, ich bin gerade völlig durcheinander, auf welcher Seite die Dinger sein müssen. Jetzt pennen wir eine Runde. Das kann gut sein, dass hier der Glitch war und dass ich von hier aus dann falsch gefahren bin. Dass ich viel weiter falsch gefahren bin, als ich erst gedacht habe. Sei es drum. Diese Folge ist ein bisschen kürzer. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich mache mich jetzt nochmal schlau, ob das richtig ist oder nicht. Und dann fahre wir in der nächsten Folge weiter. Ich fahre ja nur in der falschen Richtung. Ey, 100? Ach nee, 117. Okay. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch. Würde ich mich trotzdem drüber freuen, auch wenn ich hier eine Scheiße war. Und ansonsten sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Nopsi. Tschüss.